ja meine damen und herren nach langen beratung heftiger streitereien sind wir zu dem entschluss gekommen dass ich diesen heli fliege ich muss ich muss dabei sagen das war unter druck ich bin unter druck gesetzt worden wir haben gesagt so lange eine nette frau nehmen und wir haben uns entschieden wir fliegen nicht oben drüber sondern wir fliegen ok dann würde ich mal sagen die höhe ist ok wir hätten den anderen heli der anstand hätte man eben so jetzt rechts rüber sofort ja das ist ein bisschen weiter weg das ist ja jeden wir sind gerade diese über die baumwitze zu wenn ich über meiste soll ich hier recht rüber da wurden auch Einfach hinten dran hängen. Jetzt kommen wir einmal rechts hier rum und es ist Schnee gestorben, äh, gestorben. So, ich bin hier unten und es ist doch hier ist die Idee. Warte bis die Zielerfassung geht. Ich schaff die nicht. Ich schaff die doch nicht. Okay, ein Handy ist down. Neuer ist im Anflug. Warte bis die Zielerfassung geht. Scheiße. Scheiße. Verlinig. Reiner ist weg. Woll, super Schuss. Danke. Von hinten kommt einer. Ja. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn nicht mehr. Ich mach ihn weg. Schön gewartet gerade, ne? Jo. So. Soll ich hier warten hier? So. Da müssen wir da jetzt drüber fliegen. Ja, der ist weg daily. Ja. Müssen wir da jetzt drüber fliegen oder müssen wir da rein? Eigentlich müssen wir da rein. Ja. Wir müssen irgendwo landen, aber ich weiß nicht wo. Da müssen wir raketen abwärts. Ja. Ja. Meinst du hier oben landen? Der letzte mal nicht ganz so klappt. Und dann von oben runterschießen? Was meinst du? Ja, wär sinnvoll, ne? Weil da sind auch Leute. Leute seh ich da. Warte, ich zieh mal oben rüber. Warte mal. Nimm nicht so hoch. Ich balle einfach mal. Ja, machen sie mal. Wir müssen da aber auf jeden Fall rein. Mhm. Oh! Wir sind im Visier. Ach, Mann. Scheiße, Mann. Warum bist du denn auch nach oben geflogen? Wärst du auch hier unten geblieben, wo ich gewesen wär? Geblieben bin. Aber da war einer mit nem Raketenwerfer, der hat uns runter geholt. Ja, da wo ich war. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir da gar nicht so lang rumfackeln. Wir müssen da unten rein. Ah. Wir müssen da rein. Also wenn wir die Helis abgeballert haben, sofort landen und dann da runter rennen. So sieht das aus. Wir probieren's. Also Leute, dann machen wir das nochmal. Wir fliegen nochmal. Mhm. Ich hol die Dame und dann geht's direkt ab. Jawohl. Die Helis müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Ja. 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 Ich lass was wollen. Was ist denn das? Warte, ich bleib mal stehen. Muss du an mir vorbei kannst. Boah! Boah! Alter! Wollte ich grade sagen, steig doch einfach hoch. Nimm den Speed weg, dann sehe ich an dir vorbei gewinnt. Speed? Speed, vor allem Speed wegnehmen? Oder Beschleunigung, oder wie auch immer. Was ich mag. Soll ich geh rechts rein? Schlaf rechts rein. Dann geh rechts. Hach linksuri core. Das ist einfach eine gute vereible Moderatung. Das hier ist einfach eine gute Mülle Zeitpunkt. Da wo little ligt darauf Renee. Das sent ihr unten verstecken Resul in Barack Obama. Das ist einfach eine guteyerere wird. Das hier ist einfach eine gute Zeitpunkt. Sieht sofort eine gute Chance Protocols. Ganz� asp Okay. Ja, der erste Heli, wenn der aufsteigt, dann geht er ganz gut in Zielerfassung ein. Beim zweiten Heli hat es das Problem, der wollte nicht sofort. Wenn die Rakete nicht vorbeigegangen wäre, dann hätte ich den auch schon. Ich bin da auch noch da. Ui, das war mal knapp, ne? Ja, das war knapp. So, ich komme jetzt über den Gipfel hier und dann das da. So, jetzt kommt vielleicht der erste Heli. Heli. So, jetzt ist der erste Heli. Da ist er. Zieler, ich brauche, der Mann, der ist da, der muss ich. Fuck, der hat er nicht genommen. Eine Aufgabe für euch. Scheiße. Ziel zwar, aber nicht. Aber er schießt aber auf mich. Du kannst den nicht halten, du kannst den nicht halten. Ich muss hoch. Der ist über mir. Ich treffe ihn. Ich ziehe ihn ja, ich ziehe ihn ja drauf. Es gibt es doch nicht. Miri, der hinter mir. Das ist viel wichtiger. Ja, ich versuche, aber er muss nicht mehr. Weißt du, was das schlimm ist? Du musst vorhalten, weißt du? Ich kann dir gar nicht vorhalten. Ich kann dir gar nicht vorhalten. Ich muss mal, dass du denkst, wie du siehst. Ey, warum zieht er denn da nicht drauf? Ich treff die nicht. Ich treff die nicht. Ich treff die einfach nicht. Ich treff die nicht. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Das kann doch nicht sein, oder? also aussteigen ich bin tot ist das schwer leute ist das schwer schwer vor allem ich treffe mit dem nicht ich könnte dir einen anderen heli besorgen was hältst du davon richtig ich kann einer reich dann warten wir hier theoretisch könnte der mike sich auch am am biwak noch einholen er muss halt zum anderen biwak also mit dem kann ich hier nichts machen mit dem heli guck mal eben dass ich ein biwak nehmen wo war nicht im feindesgebiet sind ich hole mal eben den anderen heli kommst du hier hinlegen ohne ich bin ich bin auf der reise ich bin schon weg ich komme da mit dem heli dahin genau dauert moment die schießt du mich an doch ja saad ruhen kannst du auch abschießen dann mal drauf schießen ja so weit weg zu weit weg die also der der den ich jetzt habe den heli der hat auf jeden fall die zielerfassung muss aber dann lange genug drauf halten da ist ja nicht das problem und der piept dann und dann wird er rot ist doch schön da kann ich schießen ja ja komm mal ran mit dem ding muss der hier nur irgendwie weg ne war wo wir sie sonst landen ja der muss weg bestimmt gibt ihn irgendwo zur anderen seite ich sammle schon ein paar pflanzen das macht er dir selbst ausgesucht den ball drian eingesammelt Sprechen so komisch, weißt du was mit ihm? Da kommt sie! Okay, dann nehme ich halt den hin. Nehmen den Blick. Dann kommst du mal runter. Wieso ein Drehen? Ja, genau, dann nehme ich den hin. Ja, der ist doch besser, oder? Der hat doch andere Rabumsel. Ja. Dann nehmen wir den. So, nächster Versuch. Next one. Wie gesagt, lange genug auf die Helis halten, der muss im Fadenkreuz sein. Ach, warte, nächstes. Die Brumsumse da auch mit? Ja. Ja. Soll die Brumsumse mal einsteigen? Ja. Los geht's! Oh, jo! Scheiße! Was ist denn los da? Ja. Jetzt sag ich, du musst euch wieder ein Helio holen, hier. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Der Sonne hat mir den Rang abgelaufen. Da liegt einer am Boden, die müsst ihr mal wieder benutzen, bitte. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Äh. 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 Was liegt der Stein da auch, ey? Wer hat den da hingelegt? Ja, echt? Was soll denn der Scheiß? Hab ich nicht verstanden, ey. Oh, Finchi! Ja. Alles gut? Naja, nicht so ganz. Ja, warte, ich komm mal. Nili, hau du doch ab, hol doch einen Heli da, Mann. Was ist denn los mit dir? Oh, komm, ich hol mal die andere wieder. Äh, Lady, tut mir echt leid. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht, aber... Ich geh ja schon zum Biwak, ist ja gut. Mögt so gerne, dass ich am Biwak bin, ne? Ja, ja. Und dafür sind sie da. Ähm, Finchi? Äh, einmal hinlegen. Ja, das wär ne gute Idee. Was ist mit denen los? So, ich bin am Biwak. Ähm. Wie konnte das passieren? Warum liegt die Perle denn schon wieder? Wo keiner zurückgeholt hat. Wo ich? Ne, die warten soll ich, komm. Was denn los mit ihnen? Sind sie ein bisschen, haben sie ein bisschen Schwäche oder so? Hab ich da noch genug Platz zum landen? Na, jetzt wird Krieg. Kritisch hier. Ja, ein bisschen geht, einer geht hier noch hin. Einer geht noch. Verstanden. Links von dem kaputten. Irgendwo wieder. Das wird vielleicht, vielleicht klappt's ja. Ja. Okay, ich, ähm, kann mich jetzt gleich aufmachen zum Lili? Oh, ey. Dann haben wir einen, haben hier einen Verbrauch. Haben wir, oder? Okay, siehst du, ey. Warum der eine ist so ganz? Die steht da hinten. Immer kriegen wir keine mehr. Aber guck mal, der ist genau hier vorgeflogen. Von dem Stein. Ihr werdet den nicht hingelegt. Das sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Tuschis. Ein Kuhfladen. Ist doch nicht richtig. Okay. Guck mal, dass ich direkt am, äh, was da angeht. Ja, hier so. Das ist halt Findling ist das. Ja, du kannst hier landen. Hier. Da könnt ihr mich nicht passieren. Außer, dann seid ihr die Fliegelin im Berg. Außer, du fliegst rückwärts. Los. Was kommt jetzt? Ich weiß nicht noch. Also, wie hat's nicht klingen? Was will ich? Ich kann doch nix führen. Der Schwupps einfach los. Ja. Der Schwupps einfach dann. Ich kann doch nix führen. Los. Ach so. Hast du? Ja. Echt? Ja. Ein leckeres? Nee. Ich auch, ne? Einige, die machen. Einige, die machen. Da kommt sie. Wo soll ich hier? Ja, hier so. Hier, da. Hier, da. Hier. Hier, da. Hier. Hier, so. Wo ich steh. Äh, aber ich muss erst weg sein, dann. Kommen sie mal runter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Glück gehabt. nicht auf den stein darum ist nämlich halt in meinem auge so die herren das ist sehr sehr nett vielen dank noch mal und ich würde mal sagen hier ist ein monument eines schlechten piloten das steht hier also rechts neben mir er das ding geflogen also liegt aber an sich und allein an dem stein ich habe damit nichts zu tun ohne witz jetzt dieser stein ja ich war nicht ich bin mit der kurve hängen naja gut aber hier ist jetzt kein stein noch mal also definitiv kein hinter uns dieser große aber deswegen würde ich sagen machen wir beim nächsten mal weiter also macht's gut